Hallo, ich bin Nico. Ich habe Arbeit. Anfangs habe ich versucht, es zu verheimlichen von meiner Frau, von meiner Familie, von meinen Freunden. Irgendwann ist das Ganze aufgeflogen und ich musste ihnen halt erzählen, dass ich arbeite. Immer mehr Menschen leiden heutzutage unter Arbeit. Geringfügigkeit ist meist die Einstiegsdroge. Einmal ein Ferialjob, was soll da schon passieren? Doch einmal ist nicht keinmal. 38,5 Stunden die Woche. Weißt du, wie viel das ist? Fuck! Seien Sie wachsam, auch in Ihrem Bekanntenkreis. Volksdroge Arbeit. Es ist nie zu spät aufzuhören. Hindi wachsam. Hab binnenkommt.